Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, bye, 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 bye. One in the chamber. Bye. One in the chamber, yeah! Nein, 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 uiitk. Hier steht uiitk. Willkommen bei oitk. Ja. Welcome to oitk. Oitk. Nein, one in the chamber sind wir heute. Wir skillen heute ein bisschen. Ich habe mir so überlegt, eigentlich haben wir die völlig falsche Lobby genommen. Ich wollte daraus eigentlich so staffelmäßig machen, dass wir so alle Lobbys so nach und nach durchgehen. Ich wollte mal empfehlen. Aber ist eigentlich auch völlig scheißegal. Ich denke mal, wir werden so eine Staffel machen und in der einen Staffel machen wir so 20 Folgen. One in the chamber und dann kommt Staffel 2 und so weiter und so fort. Das Ganze machen wir auch noch mit Hightened Seek. Dann gehen es bei 200 Folgen, ne? Wir können auch 50 machen. Ich will nicht 200 Folgen One in the chamber haben, Alter. Ja, siehst du. WTF, wir können auch 200 Folgen machen. Mir ist das egal. Nein, wir machen keine 200 Folgen. Ich bin übrigens raus. Warum bist du raus? You will return to the hub to make space for a premium Mustaf member. Ha, ich hab's dir gesagt. Ich komme auch raus. Ich komme auch raus. Wie können wir denn hin? In oitk. 6 könnten wir gehen, ne? Wo ist denn 6? Oder in den 2. 2? Gehen wir 2? Bei mir sind die alle nicht frei. 2 ist doch gar nicht frei. Doch, 2 ist frei. Bei mir steht Joyner. 8 von 6. Jetzt restarting, oder? Treestarting. Okay, okay. Ja. Dann warten wir auf 2. Noch einen Schluck Eistee. Wir wollen hier keine Werbung machen. So, jetzt. 2. Los, schnell! Ah! Ich bin schon lange drin, Mann. Boah, das ging aber so schnell. Das ging so von 0 auf 10 sofort hoch, Alter. What the fuck? Ich weiß. Ich hab sofort draufgekriegt. Alter, ich kauf mir echt Premium, A5, ey. Ich kauf dir auch, wenn du willst. Nein, du kauf dir kein Premium. Nein. Nein. Doch. Wie viel kostet das überhaupt? Ich schenk's jetzt zum Geburtstag, oder so. Nein, du schenkst es mir nicht zum Geburtstag. Doch, mach ich. Wie viel kostet das? Weiß ich nicht. Wollen wir nachgucken, nachher. Hier ist ein Forum. 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 4. Ja, doch. Du solltest dir mal richtiges Viren-Scan-Programm zuregen. Ich hab kein Geld für ein richtiges Viren-Scan-Programm. Ja, aber für Premium-Ding. Das geht immer. Das ist wichtig. Genau. Das ist wenigstens nützlich, Mann. Ja, genau. Davon hängt dein Leben ab, verdammt. Ja. Ja. Siehst du doch. Du hast ein ordentliches Viren-Programm und bei dir funktioniert Java nicht. Bam. In your face. Das hat doch gar nichts mit Java zu tun. Ist mir egal. Ist mich verarschen. Ist mir egal. Nein. Das ist meine Logik. Es ist... Ja. Alter. Alter. Ist doch wahr. So. Ach, wir hätten auch für die Map voten können übrigens so, ne? Hab ich schon. Ich nicht. 4 hab ich gemacht. Für den Herbst. Autumn. Autumn. Autumn hat auch gewonnen. Echt? Oh ja. Ich richte die ab. Da gehe ich richtig ab, Jong. Ach ja. Ich kann ja laufen. Ich, 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 ich knall die ab. Ich skill die jetzt davon, Alter. Ich sehe hier nicht mal. Ähm. Oh. Digga, 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 digga. Digga, digga. Lol. Gleich mal tot. Ah, ich hab einen. Von Anfang an. Ich weiß nicht, ob ich den Shader ausmachen soll. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie in den letzten Tagen so auf Shader. So, so ne Shader Bitch. Oh. Digga, kill, kill. Kill, kill. Kill, kill. Komm schon her. Kill, kill, kill. So. Dead. Nein. Nein. Oh, der hat nen Pfeil. Alter. Komm, komm. Nein. Ah. Ja, Bitch, please, Alter. Bitch, please. Ich bin gerade über das Schlicht. What the fuck? Dritter Platz, Mann. Was da los? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh, 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 oh. Aua. Aua. Digga, tot. Bist du tot? Und ich leck anscheinend gerade. Oh, Digga, der hat nen Fall. Hat nen Fall. Du, Bitch, Alter. Ich, oh. Ich bin tot. Ich hab so gesagt, boah, ich skill bestimmt hier über Zweck, die Stars. Und jetzt steh ich ganz unten. Jetzt bin ich vor dir. Nein. Ich bin runtergefallen. Ach, hier, kriegt man ja gar kein Schach. Ja. Wie geil. Der war lustig. Der war lustig. Doch, das war ich. Wir haben uns gegenseitig abgeschossen. Nein, das waren wir nicht gegenseitig. Doch, wirklich. Ich hab dich nur sterben sehen. Au. Ja, das war der aber links neben mir. Biam. Fall in your face, Bitch. Fall in your face. Biam. 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 Ach, man kriegt ja gar kein Fall. So, jetzt geh ich weg. Jetzt geh ich weg. Oder auch nicht. Komm mit dem Bogen in Minecraft irgendwie nicht zurecht. Ich komm mit meinem Schnellboot von VW um die Ecke gefahren. Und die Hipster schreien, boah. Ja, ich hab dich. Nein, das ist nicht. Mit dem Bogen. Doch, mit dem Bogen. Bitch. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Der ist auf einmal unsicher. Ach, verdammt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Du hast keine Pfeile, du hast keine Pfeile. Du bist nicht skill. So. Du bist nicht skill vor allen Dingen, ne? Nein. Ja. Du kleine Bitch, okay. Was? Wie konnt ihr den nicht treffen? Ich spektate dich mal. Jetzt bist du tot. Jetzt bin ich tot. Bist du komplett tot? Ja, ich bin komplett. Wir können zum Hub. Alles okay. Hub. Slash Hub. Ja, war doch geil, ne? War doch geil, ne? Dann schieben wir noch einen rein. Ja, wir schieben. Ja. Machen wir. Acht. Acht. Ist doch grad full. Neun. Neun. Bitch. Man hat mein Becher überhaupt nicht gehört. Nö, 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 nö. Überhaupt nicht. Nö, nö, nö. Quatsch, quatsch, quatsch. Willkommen to OTC. Das ist ein Jail. O, O, I, T, C. Oigt. 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 Ist doch, das wäre 358 Sekunden. 76, aber egal. Be nice. Ich hab 300 gewählt. Top doch rein. Was kann ich mal denn wählen hier? Komplett. Was? Vote 1. Slash vote 1. Ist das gut, ja? Ist das gut? Kann man das nehmen? Ja, dann kann man campen. Kann man campen. Ach ja, stimmt. Da kann man campen. Scheiße. Ups. Warum hab ich die gewählt? Du kannst dich nochmal umentscheiden. Aber ich bleibe bei Echenlab 1. Was gibt's denn? Candyland. 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 Du kannst only vote once. Ey, das ist ja fast wie YOLO. YOLO. Ja. Oder auch mal Zeit, dass du das sagst. Y-Cool-Wo. YOL-Wo. Ich hab's ja nicht... WOL-Wo. WOL-Wo. You could only vote once. Warum ist hier Schnee? Warum ist hier Schnee? Warum? Warum? Und das geht aber nicht. Schnee ist Schnee. Wir haben noch kein... Wir haben noch kein Weihnachten. Aber bald. Circa zwei Monate. Ja, ich höre jetzt schon Weihnachten. Weihnacht... Ich höre jetzt schon Weihnachten. Denn 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 denn... Ich könnte jetzt sogar Weihnachtsmusik schreien machen. Alter, du machst jetzt keine Weihnachten. Doch so, ein bisschen so YOLO. Ich hab gar keine da. Lizenzfrei zumindest. Dann ist ja gut. Nein, das ist schlecht. Wild West... Wild Wild West hat gewonnen. Ja, hab ich dafür gewählt. Ja, hast du. Aber ich wollte mich umentscheiden. Stimmt. Ja, 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 ja. Jetzt schreiben sie alle XD im Chat. Boah. Aha. Boah. Nja. Es ist so witzig. Es ist so witzig. Was eigentlich? Oh. Oh. Gespawned. Ich verpiss mich hier gerade mal auf den Berg. Was ich nicht kann. Bitch, 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 bitch. Nein, nein, nein. Tod. Boah. Geil. Ich hab einen. Oh. Spawn Kill. Spawn Kill. Hoch zwei. Peter. Sowas tut man nicht. Boah. Boah. Da kostet ein 360, Mann. 360. Alter, das ist ein Skiller hier. Das ist ein Skiller. What the fuck? Alter, was ist das denn für ein Tod 11? Alter. Was? Der Skill, der Skill davon. Alter. Ich werde gespawned, raped, Alter. Gespawned. Das, nein. Das lass ich nicht mit mir machen. Hm, hm. Das lass ich nicht mit mir ficken. Wollt ihr mich verarschen? Aua. Oh. Wie, wie? Boah, Alter. Boah, Mann. Rape City, bitch. Rape, rape City, bitch. Nein. Alter, das ist doch nicht wahr. Was sind das für Oberpros hier? What the fuck? Das sind keine Pros, die mischen einfach am Spawnen mit. Natürlich sind das Pros. Was ist da los, Alter? Das sind Kinder, Alter. Oh, ich hab zwei Feine. Was mach ich denn mit den Fragen? Das regt mich jetzt schon wieder auf, weißt du? Das ist wie Battlefield spielen. Du hast doch nie Battlefield... Wie? Das hab ich jetzt in der Aufnahme mit drin, das weißt du, ne? Das weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du? Woher willst du wissen, wie Battlefield spielen ist? Hast du dir eigentlich Battlefield 4 gekauft? Nein. Schon. Nein. Schade. Hä, warum, warum leckt der so, Alter? Weil sie... Das... Das regt mich auf, das ist ja schlimmer als... Das ist ja schlimmer als Shooter spielen, ey, was da los? Du hast noch nie einen Shooter gespielt. Dich, du warst da. Doch, ich hab Shooter schon mal gespielt. Ich spiel zum Beispiel auch Crossfire nebenher so. Das ist Crossfire. Muss ich dir mal zeigen, das ist eigentlich ganz geil. Ist ein Free-to-Play-Shooter. In den Hub, bitte. Okay. Ist ein Free-to-Play-Shooter, finde ich eigentlich ganz geil. Keine Ahnung, warum. So, hier. Sieben. Sieben, neun. Sieben. Sieben, neun. Können wir da nochmal rein in neun? Jetzt ist zu spät, ich bin in sieben. Bin... Nein, beobachten. Sieben ist voll. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt sieben ist voll. Ja, äh, ne. Sechs? Ne, sechs ist... Sieben. Jetzt ist sieben voll. Ja, jetzt... Alter, jetzt ist sieben wieder leer. Jetzt ist sieben wieder voll. Wir gehen in... Warte, ja, sieben bleibt. Ja, ja, warte. Fünf ist voll. Warte mal, geh mal hier in die Tafel. Zwölf, zwölf. Ja, 18, 18, 18. Ja. Ist... Voll? Bist du drin? Ja. Ne. Ich weiß noch nicht mal wo. Egal. Wieder raus. Ich bin ein bisschen bei mir. Wir gehen in Arena 17. 17. Wo ist 17? 17 ist auf der zweiten Tafel. Ist doch... Ist doch voll. Nein, ist sie nicht. Ich bin nur als Beobachter da reingeht. Achso. Doch. Ups. Du musst immer darauf achten, wenn die Schrift... Ja, ja, leck mich. Weißt du? Weißt du? Nee. Hier, zwölf restarted. Zwölf. Jetzt. Jetzt. Alter, voll. Voll. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Bist du drin? Ich bin auch reingekommen. Bist du drin? Jetzt. Ich bin auch drin. Ich bin drin. Okay, alles gut. Alles cool. Alles cool. Bleib ruhig. Wenn das du drin bist. Ich nehme vier. Vier ist gut. Portal. Vier? Vier. Rot vier. Was hast du mit vier? Achso. Was haben wir denn? Na, die Portal Map ist... Okay. Candyland. Du bist kacke. Boah. Hast du für Candyland ab? Nein, für Portal. Weil du vier gesagt hast. Ja. Oder? Vier. Vier ist Portal. Rot vier. Hier. Hier ist Candyland. Ach nee. Ich hab eben da auf die da... Es vote ist vier. What the fuck? Hä? Bei mir war das eben Candyland. Nein. Es gibt nicht mal Candyland hier. Bei mir stand da grad Candyland verdammt nochmal. Lol. XD, Mann. Ich schlag dich. Boah. Faustbattle. In your face. Mit Buch. Friss den Schleim. Natürlich. Friss den. Friss ihn. Nein. Boah. Auch noch 15 Sekunden. Äh, bereifte dich mentalisch? Mentalisch? Mhm. Äh. Ja. Eindeutig. Ich bräuch mal solche Hotkeys irgendwie. So richtige Hotkeys. Ja, zum Spam, ne? Ne, zum Auswählen der Waffe zum Beispiel. Also eins und zwei. Das hat auch noch Portal gewonnen, halt. Ja, hab ich doch gesagt. Ba-ee. Ha. Bitch. Nein. What the fuck? Ach, Gott, Mann. Das ist so stupid. Ah. Ah. Baby, zwei Kids. Oh. Was ist das denn? Hier musst du ja richtig abskillen. Was? Wie kann der weiterschlagen? Jaaange. Okay, der ist tot. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Der ODE, alter. Das sag ich doch. Nein, ich bin runtergefallen. Ups. Doppelshot, ich bin tot. Ich bin tot. Ganz tot? Alle fünf leben weg? Nein. Aber so, so halbtot. Ach so. Ich hab mich schon gewundert. Alter! Spawnkill? Seriously? Seriously? Spawnkill ist echt mies. Ich bin schon wieder tot. Jetzt bin ich tot. Das, äh, ich bin nicht so gut in One in the Chamber, will ich mal behaupten. Ja, ja, hätte ich dir auch gesagt. Das ist eine Skill-Sache, weißt du? Skill-Sache? Du bist auch so eine Skill-Sache. Er spielt denn hier Battlefield und ist dadurch geskillter? Äh, ich nicht. Weil das hier eine andere Spiel-Lage ist. Ja, 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 ja. Das sagen sie alle, weißt du? Ich bin so asozial, Alter. Ich kann fliegen und beobachte dich. Du bist tot. Ganz tot? Ich hab aber nur drei Leben. Okay, okay, okay. Skill-Sache, Alter, Skill-Sache, was ist da los? Oh, da taucht der auf... Hä? Wo kam der hinter mir auf? Ach, egal, komm hier. Guck mal. Crystal! Yeah! Ja, voll weggeskillt, Mann. Was ist da los? Richtiger Skill. Lass mich mal Screenshot machen. Ich hab Angst. Sieben. Screenshot, Alter, Screenshot. Bleib mal stehen. Wo muss ich denn hingucken? Hier. Bleib so stehen. Und zieh den Pfeil. Also, Ziele, ja. Oh yeah, oh yeah, das war gut. Pussy auch für mich, Baby. Oh ja, mhm. Jetzt muss ich... Was zur Hölle? Ich fliege dir hinterher. Holy shit. Ach komm, der hat mir den weggenommen. Ich kann dir Pfeile abblocken, ne? Wenn ich mich vor dich stelle. Echt? Ja. Farsch mich nicht. Ist so. Häh ich mal ganze Zeit vor mich? Ich kann dich ein bisschen schützen. Nein, gut. Die Pfeile, die du jetzt schießt, halt die hört auch auf, ne? Ach so. Ja, dann tu es nicht. Ah. Oh. Dead. Okay, ich bin tot. Dead. Egal, sieben, das ist doch... Läuft. Ja. Arena. Wie lange haben wir? Wir haben 15 Minuten. Ach, wir können ja ein bisschen... Ich will eigentlich diese Folgen ein bisschen kürzer machen. So zwei Runden. Länge. Aka acht Minuten, zehn Minuten, so. Das wäre gut. Ach so. Na gut. Jedenfalls bin ich schlecht in One in September. Ihr seht es. Aber ähm... Wenigstens hat hier einer Skill von uns beiden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Wieder. 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 Okay. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh. Und ich schaffe das Mikrofon um. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.